Zen-Meister Doogen, 1200-1253 Wenn du etwas erreichen willst, dann solltest du unverzüglich beginnen, dich darum zu bemühen. Für eine intensive Zen-Meditation ist ein ruhiger Raum zu empfehlen. Iss und trink mit Maßen. Lass alle Objekte des Geistes los. Nimm eine Ruhepause von allen Sorgen. Denke nicht an Gut oder Böse, bekümmere dich nicht um Recht oder Unrecht. Halte alle Tätigkeiten des Gemüts, des Verstandes und des Bewusstseins an und bringe alles Denken, Vorstellen und Meinen zum Stillstand. Strebe nicht an, ein Buddha zu werden. Und wie könnte dies auch auf eine Frage von Sitzen oder Liegen reduziert werden?